Diese doofen Wespen, ne? Nein! Huh! Oh mein Gott, Wespen-Alarm heute! Oh! Oh! Oh, guck mal, was für ein schönes Kimono! Den brauche ich. Okay, die Wespen haben heute so gut getan. Nein, nicht da! Beenden, bitte! Ich habe so eine Clownsnase. Soll ich mir die kaufen? Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Oh, Mann! Mit dem kann ich jetzt auch nicht gehen! Oh, Gott! Okay. Wespen? Ich tue euch den Gefallen. Ich kaufe mir den, aber ich muss mich schwerst oder anders umziehen gehen. Weil das Spiel ja nicht will, dass ich vom Einfluss dieser Stab einkaufen gehe. Und ich darf nicht mit Badeanzug einkaufen gehen. Oh Mann, ey. Ja, oh mein Gott, das gefällt mir so gut. Dankeschön, Leute, ihr seid die Besten. Dass ihr mir das ausgesucht habt. Zieh mir uns mal vernünftig an. Ja. Ich möchte gerne... Nein, mit Badeanzug darf man nicht einkaufen. Das sagt die Tina. Mit einem nassen Badeanzug darfst du nicht in die Umkleide. Oder so. Schon doof. Und mein schönes Auge. So, sieht's keiner mehr. Gott, no. Jetzt kann sie nix mehr sagen. Jetzt kann sie nix mehr sagen. So. So. um so ist so gut sagt mir mal ob ich zu laut und zu leise bin dann mache ich mich sonst noch ein bisschen lauter oder leise aber habe ich etwas möchte ich jetzt hier drin ich will nicht hier drin ich will Prozent schocken gehen Kleidung und zu in meinem schönen nixen die er denen da die stellt sich aber an mit wenig wasser ist ihnen die umkleidet doch nicht schlimm ja ne sag ich auch aber die sagt nein mit mit nassem badeanzug darf man nicht rein auch süß okay ich glaube ich muss ein bisschen geld und welchen kimono findet ihr am schönsten ich bin ja irgendwie den am schönsten aber was sagt ihr so der ist auch nicht schlecht wir haben wieder eine abstimmung eins zwei drei vier fünf oder sechs welchen soll ich nehmen welchen soll ich nehmen die entscheidung liegt ist so schwer die entscheidung ist so schwer die entscheidung ist so schwer Ja. Okay, Moment. Da muss ich mir aber Geld holen. Dann wenn, dann würde ich mir den und den kaufen. Aber die gefallen mir irgendwie nicht so. Okay. Da die, die gestimmt haben, für 1 und 3 gestimmt haben, kaufen wir uns einfach 1 und 3. Für alle habe ich zu wenig Geld. Es tut mir leid. Dabei. Boah, diese Pokémon-Gruppe, ne? Zeit, wir streamen, ey. So, holen wir uns Geld. Genug Platz ist ja da. Ich hole mir so 20.000 zum Shoppen gehen und dann, will ich sagen, ist der Livestream noch nicht zu Ende. Wir müssen noch die Parkbank bauen. So. Kaufe die alle. ist da. Oh, Mann, ey. Ich freue mich schon, wenn wir wieder mal Horrorspiele spielen. Obwohl ich gar keinen Bock auf Horrorspiele habe. Das sind auch zwei Gegensätze, die sich anziehen. Ich habe keinen Bock auf Horrorspiele, aber ich spiele trotzdem Horrorspiele. Schnappt ihr alle Pokémon? Ähm, äh, Kleidung. Alle Kleidung. Komm, schnappt ihr. Alle Kleidung. Oh, Mann. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Das ist reine, reine, äh, Intuition, in den Lug-Und-Lugs-Laden zu gehen. Ah! Schnappt ihr alle Pokémon? Ja. Au, mein Rücken tut weh. Oh, hallo, möchtest du die Umgebung verwenden? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Also, haben wir noch den, den wir kaufen sollen? Ja. So, wieder rein. So, wieder rein. Ich würde mir auch gerne so ein Kleidchen kaufen. Und das ist so süß. Ich glaube, ich kann mir das so weiße. So, und jetzt noch kurz die Tiger, äh, T-Shirts. So, jetzt habe ich nämlich auch in Real Life genauso groß. Oh, mein Gott. Das sieht irgendwie süß aus. Oh, Gott. Ich habe ganz vergessen, dass ich, äh, gestochen worden bin. Oh, Mann. Oh, cute. Ja. So ist das gekauft. Ohne die Nase. Ohne die Nase. Ohne die Nase. Ohne die Nase. Hm. So. Voll nervig, diese einzelnen Eingreise, dass man immer wieder in die Umkleide rein muss. Und mehr, ja. True. Das ist so. Das ist so. Leider. Was ist denn das? Hm. Das wollte ich. So. Zur Kasse gehen. Nein. So. Perfekt. Ich habe alles, was ich will. Jetzt können wir noch, ähm, ähm, Holz holen. Wir brauchen nochmals sechs. Gut. Das ist doch jetzt wohl ein schlechter Scherz, oder? Also, heute haben sie, ich sag mich, abgesehen, diese Bienen, äh, Wespen. Hallo. Danke fürs Vorbeischauen. Du solltest mehr kaufen hier, glaubst du auch. Ich hasse diese Wespen. So sehr. oof. Huh. Noch zwei. Oh, ich glaube, ich habe den noch nicht. Oh, Mann. Perfect. So. Moment. Moment, Moment. Kurzer Break. So. Jetzt. Wir sind gleich fertig. Huch. Scheiben kann ich auch nicht mehr. So. Kann ich die auch umändern? Also von der Farbe her. So, etwas umgestalten. Ja. Oha. Ich glaube, ich lasse die so. Ich habe eh zu wenig Umgestaltungs-Dings-Da-Wunks-Da. Okkili-Dokkili. So, das war's mit unserem ersten Stream. Ähm, äh, ich hoffe, wir wiederholen das. Es hat mega Spaß gemacht. Und, ähm, ja, diese Videos, also dieser Stream wird in Folgen auf YouTube erscheinen. Und, ja, dann wünsche ich euch alle noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann immer ihr das auch schaut. Und, ja, bye. Danke für den coolen, coolen Stream. Ich werde das jetzt öfters machen. Ich werde das auch, äh, in YouTube ankündigen. Und, ja, bye. Danke. кли-